Meine Kirche lebt zum Tier, meine Kirche lebt von mir und mir. Meine Kirche lebt zum Tier, meine Kirche lebt von mir und mir. Jeder hat was einzubringen, diese Vielfalt, wunderbar. So heißt es schon im Lied aus dem evangelischen Gesangbuch. Offenbar vielfalt, geschlossen gegen Ausgrenzung. Dieses Bündnis stammt ursprünglich aus Nordhessen. Auch wir von der Christuskirche möchten Zeichen setzen gegen Rassismus, Antisemitismus und Hass auf Menschen, die anders sind. Gerade jetzt zum Jahrestag der Attentate in Kanau. Warum wir offene Vielfalt sind, seht ihr jetzt. Ich finde, dass wir allen Menschen, egal wie sie sich von uns unterscheiden, Respekt entgegenbringen und jede Form von Diskriminierung unterlassen sollten. Daher unterstütze ich die Aktion Offen für Vielfalt, geschlossen gegen Ausgrenzung. Ich bin offen für Vielfalt, weil der Heilige Geist ein bunter Vogel ist. Offen für Vielfalt verbinde ich mit unserem Grundgesetz, Paragraf 1, 2 und 3. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Alle Menschen sind vor den Gesetzen gleich und Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Ich bin ganz klar gegen Ausgrenzung, weil Toleranz für mich gelebtes Christentum und Menschlichkeit bedeutet. Ich bin offen für Vielfalt, weil ich gerne im Austausch mit meiner Umwelt lebe und mich für Zusammenhänge interessiere. Ich bin offen für Vielfalt, weil Vielfalt das Leben bunter macht. Ich bin geschlossen gegen Ausgrenzung, weil ich mir eine bessere Zukunft für meine Kinder wünsche, ohne alltägliche Rassismuserfahrungen. Ich bin geschlossen gegen Ausgrenzung, weil ich in unserem Land durch meine Familie erlebt habe, wie verletzend es ist, aufgrund von Aussehen ausgegrenzt zu werden. Ich bin geschlossen gegen Ausgrenzung, weil ich als Mensch wahrgenommen werden möchte und jeder Mensch wertgeschätzt werden muss. Wir sind offen für Vielfalt, weil Vielfalt schön ist und uns Vielfalt fehlt und jeder mehr für Vielfalt tun muss. Ich bin offen für Vielfalt, weil Kirche für mich ein Ort der Vielfalt und der Wundheit ist. Um mit Johann Wolfgang von Goethe zu sprechen, aus seinem Faust, wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen und jeder geht zufrieden aus dem Haus. Ich bin offen für Vielfalt, weil Werte überbewertet sind. Ich bin für Vielfalt und gegen Ausgrenzung. Ausgrenzung beginnt stets im Kopf. Wie schnell ist aus einer Bewertung ein Urteil, aus einem Urteil ein Vorurteil und aus einem Vorurteil wird eine abwertende Verurteilung. Ich würde mir für die anscheinend Passionszeit wünschen, dass jeder bei sich die Denkschubladen einmal gründlich aufräumt. Jede Woche ein Vorurteil weniger. Das wär's doch. Ich bin offen für Vielfalt, weil ich es spannend finde zu entdecken, welche Gaben und Talente Gott in seine Menschen gelegt hat. Wir Christen lernen aus der Bibel, dass wir alle gleich sind vor dem Herrn. Ein Gebot sagt uns, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und darum offen für Vielfalt und verschlossen gegen Ausgrenzung. Ich bin offen für Vielfalt, weil jeder Glaube vielfältig ist und jeder Mensch wertvoll. Ich bin offen für Vielfalt, weil der Herrgott einen großen Tiergarten hat. Wir am Christus Kirche sind offen für Vielfalt. Wir wollen aufstehen, aufeinander zu gehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Jeder hat was, sein zu bringen, diese Vielfalt wunderbar. Wir wollen aufstehen, aufeinander zu gehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufstehen, aufeinander zu gehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Wir wollen aufstehen, aufstehen. Wir wollen aufstehen, aufstehen, woneinander zu gehen und uns nicht entfernen. Untertitelung des ZDF, 2020